Hier zeigen wir eines unserer Sonderwerkzeuge, den Fischstähbeidl. Eine Anwendungsmöglichkeit ist beispielsweise die Herstellung von Zinkenverbindungen in der Holzbearbeitung. Zuerst werden die groben Konturen für den Ausschnitt mit einer Säge vorbereitet. Das Ausarbeiten der Feinheiten erfolgt im Anschluss mit unserem Fischstähl. Mit diesem Werkzeug ist ein präzises Bearbeiten von schrägen Ecken, Kanten und Flächen möglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017